Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Feuerwehrrecht. Mein Name ist Markus Kort, ich bin Rechtsanwalt und Feuerwehrmann und heute geht es mal um ein Thema, ob man denn wirklich immer alles bei der Polizei aussagen muss. Das Ganze hat natürlich auch wieder nur indirekt etwas mit dem Feuerwehrdienst zu tun, weil natürlich könnt ihr auch sonst mit der Polizei in Kontakt kommen, aber hier für den Kanal Feuerwehrrecht ist erstmal relevant, was ist, wenn ihr mit der Polizei im Feuerwehrdienst in Kontakt beratet. Wir alle machen mal Fehler, die meist zum Glück einfach folgenlos bleiben, weil einfach nichts passiert. Habt ihr aber etwas falsch gemacht und eine Behörde und egal, die Polizei hören euch jetzt an, dann ist allerhöchste Vorsicht geboten. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, ihr fahrt mit 58 kmh innerorts bei einem Alarm zum Feuerwehrhaus. Nebenher schaut ihr jetzt noch kurz auf euren Melder, wegen was eigentlich genau alarmiert wurde. Durch eure Unaufmerksamkeit und durch eure zu hohe Geschwindigkeit kommt es jetzt zu einer Kollision mit einem anderen Pkw. Eine Person erleidet ein Schleudertrauma und die Polizei fragt euch jetzt noch an der Unfallstelle, wie es denn eigentlich zum Unfall gekommen ist. Je nachdem, was ihr jetzt sagt, kann es dazu führen, dass gegen euch ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet wird. Für dieses Video jetzt heute hier gilt übrigens, was ihr hier hört, gilt in allen Lebenslagen und nicht nur für den Feuerwehrdienst. Eine Situation, in der wir plötzlich von der Polizei befragt werden, ist zum Glück für die meisten von uns komplett neu. In diesen Fällen gilt aber immer ganz klar erstmal eins, Schweigen ist Gold. Es hat sich noch nie jemand rausgeredet, sondern eigentlich reden sich die Leute nur rein. Eine Vielzahl von Bußgeldbescheiden und erst recht von Strafurteilen wären ohne Mitwirkung des Täters gar nicht möglich. Vereinfacht ausgedrückt, hätte der Täter einfach den Mund gehalten, wäre er nicht verurteilt worden. Natürlich heißt das jetzt nicht automatisch, dass wenn ihr einfach gar nichts sagt, immer gleich alles erledigt ist und niemand mehr verurteilt werden könnte. Aber ihr macht definitiv erst einmal wenig bis gar nichts falsch, wenn ihr nichts sagt. Nehmen wir noch einen heftigen, echten Beispielsfall außerhalb der Feuerwehr, der ziemlich deutlich macht, worauf ich hinaus möchte. Und wirklich einen so schönen Fall habe ich einfach im Feuerwehrdienst nirgendwo finden können. Der Fall ist einfach zu schön. Bei der Polizei gehen mehrere Notrufe ein, weil ein Auto Schlangenlinien fährt. Die Polizei findet daraufhin auf einem Parkplatz mitten im Wald, wirklich wo sonst nichts los ist, das Auto mit laufendem Motor stehen. Daneben steht ein urinierender, sturzbetrunkener Mann. Er verweigert jetzt einfach jeglicher Aussage. Der Prozess endet, wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, mit einem Freispruch. Und das natürlich vollkommen zu Recht, weil der Fahrer, der hätte ja auch in den Wald gerannt sein können, als die Polizei kam und er das gesehen hat. Und der urinierende Mann, der könnte ganz gut der Beifahrer gewesen sein. Mir geht es jetzt wirklich hier nicht darum, euch beizubringen, wie man mit verbotenen Sachen davonkommt. Dafür wäre ich auch komplett der Falsche, weil ich mache überhaupt kein Strafrecht oder wir in der Kanzlei machen kein Strafrecht, was nicht wirklich unmittelbar mit der Feuerwehr zu tun hat. Auch geht es nicht darum, den Schaden nicht bezahlen zu wollen, weil das sind wirklich zwei komplett verschiedene Sachen. Das eine ist ein Zivilverfahren, das andere ist, wenn man es kaputt gemacht hat, das andere ein Strafverfahren. Aber angenommen, ihr verursacht wirklich einen kleinen Unfall auf der Einsatzfahrt oder wie gesagt, das gilt natürlich auch fürs Privatleben, weil ihr einen Unfall irgendwie leicht fahrlässig verursacht habt, weil ihr nicht aufgepasst habt. Dann stellt sich immer schnell die Frage, ob ihr euch wirklich mit dem zusätzlichen Strafprozess wegen Körperverletzungen oder was Schlimmeren vielleicht auch noch herumärgern wollt. Ich stelle euch an dieser Stelle wirklich nur die Rechtslage vor. Wenn ihr euch besser fühlt, einfach alles zuzugeben, dann steht euch das natürlich komplett frei. Das solltet ihr euch allerdings gut überlegen, denn was einmal gesagt ist, das könnt ihr so einfach nicht mehr zurücknehmen. Und es hat schon vielen Leuten später sehr, sehr leid getan, eine Aussage gemacht zu haben, um sich dann gerade am Anfang alles einfach von der Seele zu reden. Macht euch daher zunächst Gedanken und gebt dann, gegebenenfalls über euren Rechtsanwalt, eine Stellungnahme ab. Bei schlimmeren Sachen solltet ihr immer ganz klar am besten direkt den Anwalt aufsuchen und nicht erst, wenn schon nichts mehr zu retten ist. Merkt euch, dass euch grundsätzlich auch niemand zwingen kann, bei einer Behörde oder bei der Polizei eine Aussage zu machen, wenn man euch etwas zur Last legt. Sagt einfach, dass ihr euch schriftlich äußern wollt oder dass ihr erst nach Absprache mit eurem Anwalt eine Stellungnahme abgeben wollt. Und ganz wichtig, wenn es um Vorfälle im Feuerwehrdienst geht, dürft ihr in ganz, ganz vielen Fällen ohne Aussagegenehmigung ohnehin nichts sagen. Zu diesem Thema und zum Thema Schweigepflicht, was ein wirklich ganz, ganz wichtiges Thema ist, wird es aber bald ein separates Video geben. Wie ihr gesehen habt, kann es manchmal nicht schaden, den Mund zu halten, auch wenn das viele von uns, und da nehme ich uns Anwälte mit Sicherheit auch mit rein, manchmal sehr, sehr schwerfällt, einfach nichts zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen.